Hi! Schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Gianna Giannini. Heute halte ich mit dir ein sogenanntes Pick-a-Card-Reading machen. Und zwar mit meinen Orakelkarten. Vielleicht hast du auf YouTube schon mal eines dieser Videos gesehen. Ich bin ein großer Fan und habe gedacht, für Oktober mache ich doch das einfach auch mal. Und ja, da sich ja die Orakelkarten doch als beliebt herausgestellt haben und ich sowieso ein Riesen-Fan davon bin, freut es mich immer wieder, wenn ihr euch das wünscht. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Erstmal mit ein bisschen Handcreme. Oh, ich hoffe, dir gefällt mein Tisch, wie ich ihn heute ein bisschen gestaltet habe. Und für die Atmosphäre würde ich auch noch eine Kerze anmachen. Ich hoffe, ich bin überhaupt gebildet. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Darum geht es ja heute auch gar nicht. Und dann habe ich meine... The Map Weißseins Garten der Seele wieder mitgebracht. Und dann Und zwar funktioniert das Pick-a-Card-Reading folgendermaßen. Ich werde die Karten mischen und haufe ich natürlich auf ein, zwei, drei Karten, die aus dem Deckel rausfallen. Und du suchst dir dann eine dieser Karten aus und ich werde dann die Karten nach und nach aufdecken und vorlesen, worum es in der Karte geht. Und da, es geht um eine Nachricht für den Oktober. Was erwartet uns im Oktober? Was erwartet dich im Oktober? Und da das hier ganz speziell für dich ist, wirst du dir auch ganz intuitiv deine Karte aus den Dreien aussuchen. Denk an dein Problem, an deine Situation. Was möchtest du gerne beantwortet haben? Oder möchtest du einfach nur sehen, was der Oktober für dich bereitet? Oh, da haben wir schon Karte Nummer eins. So, die Karte für Oktober, bitte. Die Karte für Oktober. Die zweite Karte. Die zweite Karte. So, und wir brauchen noch eine dritte Karte. Eine dritte Karte für Oktober. Da ist die dritte Karte. So, ich hoffe, du kannst es sehen. Ich möchte, dass du dir die Karten ansiehst und dir überlegst, welcher deine Karte ist. Welcher spricht dich an? Welcher Karte ist deine Karte? Ok, ich hoffe, du hast hier eine ausgesucht. Ich fange mit der letzten Karte an. Und zwar ist das die Elf. Der Balanceakt. Umgekehrt. Ich werde mal können das sehen. So, wenn es deine Karte war, dann hör gut zu. Elf. Balanceakt. Balanceakt. In deinem Inneren herrscht Stille, wie turbulent es in deiner Umgebung auch zugehen mag. Umgekehrt. Es ist jetzt von Bedeutung, sich den Bereichen deines Lebens zuzuwenden, in denen Disharmonie herrscht. Bist du darauf fixiert, deinen Willen durchzusetzen? Bist du von einer Sache besessen? Und verlachlässigst du darüber andere wesentliche Dinge, die deine Aufmerksamkeit erfordern? Diese Art von Bestandsaufnahme ist ein notwendiger Schritt, um dein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und die einzige Möglichkeit, um zu einer ausgewogenen Lösung zu kommen, arrangiere dich mit den Lebensumständen, die nicht in deiner Macht liegen. Und die Balance wird sich leichter wiederherstellen. Wenn es mehr Gerechtigkeit geben soll, so muss der Anstoß dazu von dir ausgehen. Okay, ich denke, du wirst was damit anfangen können, mit deiner jetzigen, aktuellen Situation. Und der Situation hier im Oktober. Aber zumindestens, ähm, es ist doch mal ein Tipp, was du jetzt im Oktober, ähm, tun solltest, um dein Gleichgewicht wiederherzustellen. Okay, sehr interessant. So, Karte Nummer zwei. Die sanfte Gärtnerin. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe, zieh dich ständig. Die sanfte Gärtnerin Nummer zwei. Also, wenn das deine Karte war, hör gut zu. Hier ist deine Nachricht für deinen Oktober. Die sanfte Gärtnerin. Sei du selbst, sei ein bewusster Mitschöpfer deiner Welt. Die sanfte Gärtnerin besucht dich an diesem Punkt deines Lebens, um dich daran zu erinnern, dass deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen das Erschaffen, was du als Realität erfährst. Sie ist die Verkörperung deiner inneren Kraft, die sich in das Energiefeld des Mitschöpfertums hinein erstreckt und damit gewährleistet, dass alles, was dich ausmacht, einen Widerschein in der Welt, der Form hat. Die sich in das Energiefeld des Mitschöpfertums hinein erstreckt und damit gewährleistet, dass alles, was dich ausmacht, einen Widerschein in der Welt, der Form hat. Bist du dir deiner Gedanken bewusst? Welche Art sind sie? Wenn du an unbegrenzte Möglichkeiten glaubst, wirst du sehen, dass Wunder geschehen. Die sanfte Gärtnerin steht ein für die Unversehrtheit all dessen, was du in die Welt aussendest. Sei positiv und erwarte ein wunderbares Echo auf deine Positivität. Dein Garten erstrahlt in überreicher Schönheit. Eine sehr, sehr, sehr gute Garte. Bleib positiv. Bleib positiv. Ich weiß, das fällt manchmal echt schwer. Aber wir können mit unseren Gedanken ganz, ganz viel bewirken. Mehr, als wir manchmal denken. Okay. Karte Nummer drei. Neues Leben. Neueunundzwanzig. Auf. So, neueunundzwanzig. So, neueunundzwanzig. Neues Leben. Etwas Schönes nimmt jetzt in deinem Leben lebendige Gestalt an. Umgekehrt. Diese Garte ist eine sanfte Ermahnung, dir nicht selbst im Weg zu stehen. Lass los. Und gestatte dem göttlichen Prinzip die Führung zu übernehmen. Auf. Keimendes Leben ist noch anfällig und braucht behutsame Pflege. Ein Bauer geht nicht auf den Acker und zieht die jungen Triebe aus dem Boden, um zu sehen, wie sie sich entwickeln. Er weiß, dass alles seinen eigenen Wachstumszyklus folgt. Lass der Natur ihren Lauf. Wende dich inzwischen an anderen Dingen zu, auf die du dich jetzt konzentrieren kannst. Einfachheit und kleine Schritte sind das Gebot der Stunde. Wenn die Zeit gekommen ist, wird sich dir das Wunder zeigen. Also, habe Geduld und habe Vertrauen. Lass los. Lass den Dingen ihren Lauf. Lass den Dingen ihren Lauf. Und am Schluss wirst du bekommen, was du dir vorgestellt hast oder was du dir wünschst. Aber für den Oktober heißt es Geduld. Geduld, 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 Geduld. Ich hoffe, dir hat das kurze Orakelkarten vorlesen gefallen. Gerne schreib mir in die Kommentare, wenn du sonst irgendwelche Ideen, Wünsche für weitere Videos hast. Schreib mir auch gerne auf Instagram. G-T-H-M-G-T-H-S-M-R. Und ja, gerne plaudern wir auch dort ein bisschen. Und ich bin wirklich froh über jeden Kommentar, über jedes Like, über jede Kritik. Und nochmal danke, 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 danke für die ganze Liebe, die ganze Unterstützung. Und ich bin überglücklich. Okay, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, fühl dich gedrückt.